Der Volleyballtrainer Moog ist zu Gast hier in Schwerin am Bundesstützpunkt für Volleyball. Das ist Bartjan van der Mark und du bist Trainer hier der zweiten Mannschaft. Stimmt, willkommen in Schwerin, Trainer von der Bundesstützpunktmannschaft VCO Schwerin. Und das ist dann zweite Bundesliga Nord. Genau, und es sind Jugendliche, die hier spielen. Das ist so Jahrgang 98 bis 2000, 2001. Die hast du hier und ich bin hier, um das weltbeste Jugendtraining der Welt hier zu finden. Und ich guck mal, was mich hier so erwartet. Du bist willkommen und ich hoffe, du findest, was du suchst. Danke sehr. Bitte. Go, 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 go. Gut, 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 gut. Gut dabei, gut dabei. Gut aufgepasst, prima. Untertitelung des ZDF, 2020